So, Robin und ich sind wieder unterwegs und da kommt schon der erste Vogel an die Fluttert. Was ist denn das? Ein netter Homecraft. Sind wir im Rollercoaster Tycoon oder warum flugt der gerade so eine nette Gruppe? Gibt es ja nicht. Ein Treffer von dir. Hast es also getroffen? Ja, wird mir trotzdem nicht angezählt angeblich. Also ich hatte den auch genau in dem und getroffen wie du. Aber, naja, komisch halt. Ja. Also ich würde es schon mit dem Rex aufnehmen, so ist es nicht. Naja, aber macht nicht viel Sinn mit der Muni-Bitmast. Ja. Macht halt irgendwie kein Schaden. Ach, der hängt am Stein fest. Hm. Das ist ein Steinbeißer. Ja. Die KI ist halt steinhart. Aber sowas von hart. Ach komm, wer hätte tot sein müssen. Hallo, zweiter Uta, der sich ankündigt. Ja. Mein Gott. Ja. 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 Ich habe ja gesehen, dass du auf den gezielt hast. Oben ist noch einer. Ist ja ein neuer Server-Cross wieder. Server-Start. Sag mal, der hat mich nicht. Oh Gott, der hat mich ja getroffen. Aber ich hab noch. Nein, doch. Der zuppert immer mit dem Kopf rum. Ach, manchmal sind die echt komisch. Das waren die Treffer von dir. Ja, ich... Ich mein, wenn ich ein Sturmgewehr hab, dann hab ich halt auch einen nervösen Finger. Die linke Maus, das du möchtest, gedrückt werden. Ja, dann sind einige Triceratops unterwegs. Naja, bei Madame sind ja immer so viele hier. Na, du hast nicht zufällig ein Drop-Pot. Doch, so ein Drop-Pot-Signal. Schöne dir auch. Falsen. Du kriegst, wenn... Nein, du kannst mir ein Drop-Pot geben, dann töte ich mich selber und dann kann ich dir das Drop-Pot wieder zurückgeben. Wow, sieben Pfeile und einmal Revolver-Monie. Bleib stehen. Oh, der hat mich gebrochen. Der hat mich gebrochen. Wieso hat der mich verletzen? Äh... Komisch. Okay. Hm. Drop-Pot liegt. So, dann würde ich sagen, gehen wir erst mal zu Madame. Bis dahin müssen ja auch da sein. Ja, weißt du, was das Tollste eigentlich daran ist, dass das Server gerade abgestürzt ist? Jawohl. Ich habe keinen T-Rex-Send-Cland mehr. Oh, ja, stimmt, ja. Scheiße. Ach, schade. Egal. Mein Gott, passiert. Bist du aber auch ein Bub, ey. Verlierst du sowas? Bist du wie dein Augapfel... ...auf aufpassen? Ja, naja, es war ja ein... Ich habe ja auf meinen Augapfel aufgepasst. Ich wollte ihn ja gerade einsammeln, aber... Ey, der dreht sehr topst, der rollt mich hier ins den Berg hier runter. Äh... Er kullert und kullert und kullert. Bleib du mal stehen. Bist in der Erke. Bleibst du... Stehen. Ach, Gott. Ist das ein Atemann. Der rollt erst mal so 30 Meter in der Abhang runter. Ja, das ist natürlich ehrlich. Egal. Neun Wettelwurm finden und töten. Ich habe ein T-Rex-Ei gefunden. Direkt mein verleibt. So, gucken wir mal, ob hier noch irgendwo in der Landschaft rumsitzt. Umläuft. Nein. Nichts zu sehen. Ja, so langsam geht mir auch die Munition aus, ja. Vier Schuss nur noch dafür und dafür auch nur noch vier Schuss. Das ist dann langsam berüchtig wieder Munition. Ich habe doch gerade mich in Uta abgehört. Na, aber der ist weggeran, so wie es klang. Nein, eigentlich nicht. Da ist er doch. Locken mal zu mehr. Kann ich nicht mehr, der ist schon tot. Also, ich habe jetzt zwei Shotguns. Einer mit vier Puckshot, einer mit 90 Lack. Ne, Pfeil. Und schuldkaliber 700. Also, ich kann wieder weiterlaufen. Schön. Zumindest bis ich den nächsten Dino finde. So, das pack ich hier mal alles rein. So, wo wollen wir es nachgehen? Zum Lavalek runter oder? Oh, ich will mich erst mal selbst umbringen. Danach. Ähm, weiß nicht, ja. Willkommen. Und Drummond war tot. Da stürzte er sich in Abhang. Er war seins Lebens müde. Genau. Aber, Gott sei Dank, hatte er ja ein Dropbox-Signal. Durch dieses, konnte er wieder auferstehen. Oh. Simsalabim. Ach, dauert jetzt noch. Und Robin war wieder da. Ja, dauert jetzt noch ein bisschen. Ich sagte, Robin ist wer da. Ja, das dauert noch drei Minuten. Simsalabim. Eins, zwei, drei. Hoppdi, hoppdi. Komm. Auferstehen. Na, das dauert noch. Kannst dir ein bisschen Munition für mich mitgucken. Na, was willst du denn? Äh, Shotgun und, äh, Shotgun. Shotgun und Shotgun. Muni. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nicht die Shotgun, Shotgun. Du brauchst die nicht zweimal kommen. Nee, nee, ich habe ja auch zweimal gerade kommen. 20 Schuss, 17 oder 30 oder so. Ja, 30 von beiden kriege ich hin. So, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Au. War hier ein Fernglas für die Dingens? Nee, ne? Äh, nö, aber Fernglas kann ich hier auch nicht bringen. Nee, das musst du mir extra kaufen. Nee, das ist dann noch. Hast du so alle leert? Ja, ja, die habe ich alle gewährt. Alles in die Tüte gemacht. Nee, das war ja meiner. Ui, jetzt hatte das so auch zu tun. Nee, das ist halt ein gleicher. Und da ist er wieder, der Robin. Yay. Mit einer komischen Frisur wieder mal. Das sieht so dämlich aus. Als wenn dir ein Frisur so absichtlich durch die Haare gegangen ist mit einer Haarschneidermaschine. Unglaublich. I, bist du hässlich. Du bist sowas von... Ich hab's gehört. Hässlich. Alles gut. Setz dir bloß einen Hut auf, Säugte. Mit dir kann man ja nicht auf eine Stadt gehen. So, dann gehen wir hier um das Tropot-Ding ran und nimm dir dann deine Munition raus, bevor sie weg ist. Jo. Ähm, ein Tropot-Signal ist auch noch drin, ne? Ja, ja, na, du hast mir ja eins gegeben, jetzt kriegst du auch eins zurück. Ja, ja, es passt so, sechs Schuss sind noch drin. Kann ich nicht mehr mitnehmen, ich bin, ich bin voll, voll. Ich bin sowas von voll. Ich hab mir irgendwie, ich hab mich vergriffen, statt, statt 60, hab ich irgendwie 90 Schuss jetzt dabei. Und die Kaliber sie umhauen, ob die, guck mal hier, guck in die Tüte, da ist vielleicht noch was für dich. In der Tüte? Ja. Ein paar Chicken Wings oder so? Boah, dafür könnte ich mich so auch erwärmen. Ja, ich hab keinen Platz mehr, ich müsste jetzt die 308er wegkauen. Mach doch. Ja, eigentlich lohnt sich das nicht, komm, ich mach das so. Und so. Und so, und dann nehmen wir noch zum Tropot. Ja, dann kannst du bestimmt noch mal die sechs Schüsse mitnehmen. Ja, dann nehmen wir das auch noch mit. Ach komm, dann nehmen wir die Sonnenbrille hier mit. So. Sehen wir wie intelligent aus. Äh. Jo. Intelligents bisschen. Yay. Hat die auch Gläser drin? Ja. So, wo lang, wohin wollen wir? Äh. Ich hätte fast gesagt, Standardroute. So, Atos Volley und dann hoch zum Bruchschlag mehr raus. Na dann. Machen wir uns mal so langsam auf den Weg. Nein, das müsste ja jetzt alles voll mit Dinos sein. Aber, das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wie heißt. Ja, doch, Dinos. Ja, mit dem Extrems und dem Robber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Tschüss. Guckt das in die Kamera.